Es ist offiziell, Adele und Sportagent Rich Paul sind ein Paar. Das beweist ein neuer Schnappschuss, den die Sängerin bei Instagram hochlud. Monatelang wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell, Adele, 33, Hello, und Sportagent Rich Paul, 39, sind ein Paar. Den Beweis lieferte die 33-Jährige am Sonntag, 19. September, höchstpersönlich, mit einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto, das Adele schlicht mit einem roten Herzi-Mucci kommentierte, sind sie und der US-Amerikaner in festlichen Outfits zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017